Der Feinrip Adventskalender Super schön Wie heißt es, wenn ein Schneemann in Rente geht? Pfütze Der war schlecht Warum ist das Handy brummt? Ihr liebe Leid und Kevin Cash, wir singen jetzt noch ein kleines Lied, würde ich sagen Weil, als Belohnung, dass die Leute so lange durchgehalten haben, müssen sie jetzt auch noch ein Lied anhaben Als Belohnung, dass das mittlerweile im Radio läuft und ihr das auch noch gevotet habt Und denen voll viele Mails geschrieben haben Deswegen spielen wir jetzt Afrika von Toto Genau Für euch, weil ihr das Handy noch nicht geklärt habt Los im Radio Ich schreibe nur Belohnung Ist euch das klar, dass es so straf ist, dass ich der Einzige bin, der das Scheißding verdienen muss Ja dann schreit nicht her Ich schreibe nur Schreie vor 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 Die Leute müssen jetzt noch Eikafeln gehen Hopp, machen wir noch Geschenke Ich schreibe nur Schreie vor Ihr dürft mit klatschen Der Riesling wird knapp Der Riesling wird knapp Der Riesling wird knapp Dann filmen wir uns halt mit T-Boy ab Und jetzt ihr ganz laut Und wir wünschen euch den Schäden die Weihnacht 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 Fertig? Zu Weihnachten. Ja, der Nutter ist fertig. Das ist schon fertig. Machen wir's mit uns. Frohe Weihnachten! Und jetzt alle! Brust in die Hände! Und wir wünschen euch so schön die Weihnacht. 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 Und ein frohes neues Jahr. Ist das noch ein Tune? Nee. Mach's gut. Rock'n'Roll! Mach's gut! Ich geh. 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 Tschüss! Hast du keine Beine?